Hallo und herzlich willkommen zu Simtastic. Ich dachte wir klären heute mal die Frage, ob man auch in Urlaubswelten ein Geschäftsgrundstück eröffnen kann. Was ihr dafür alles wissen müsst, findet ihr jetzt hier im Video auf der rechten Seite. Ja, wie ihr vielleicht schon gelesen habt, braucht ihr dafür zwei Mods und zwar sind das die zwei Mods von Servo. Einmal der All Worlds Are Residential und dann braucht ihr noch den Venue Changes Mod. Dazu habe ich euch auch schon mal ein Video gemacht. Das Video verlinke ich euch unten in der Infobox. Und jetzt schauen wir nach, ob wir in diesen Welten auch wirklich ein Geschäftsgrundstück haben können. So, wir gehen jetzt hier einmal hinten auf die Ladenkasse drauf. Wie schon geschrieben, damit das überhaupt funktioniert, braucht ihr entweder Gaumenfreunden an die Arbeit oder eben Hunde und Katzen. Und dann, wenn ihr hier auf der Ladenkasse seid, klickt ihr dann jetzt hier einfach auf Option wählen und wählt dann jetzt hier eine von der Optionen aus. So, ich wähle jetzt einfach mal hier die Tierklinik aus und begebe mich dann jetzt hier einfach mal nach Granit Falls. So, hier habe ich mir vorher schon eine Tierarztpraxis platziert. Also ich habe das Grundstück in eine Tierarztpraxis umgewandelt. Das müsst ihr unbedingt auch vorher machen. Also das Grundstück, was ihr eben haben wollt. Sonst könnt ihr das Ganze nämlich nicht machen. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, meine Tierarztpraxis. Klicke dann da einmal drauf und bestätige das Ganze. Natürlich müsst ihr dann auch dementsprechend das Geld haben, um das Ganze zu kaufen. Ich kaufe mir das jetzt einmal. Und schon bin ich dann jetzt hier auf meinem Grundstück angekommen und muss dann jetzt hier nur noch die Überweisung von meinem Budget machen. Und schon kann ich dann jetzt hier meine Tierklinik öffnen. Wenn ihr euch für ein Restaurant entschieden habt, müsst ihr dann erst noch jemanden für den Empfang, fürs Kellnern und auch für die Küche einstellen. Ja und dann braucht ihr einfach nur noch zu warten, bis eure Gäste bzw. eure Patienten kommen. Ja, das war es dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bei Fragen oder Ähnlichem schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Bis demnächst. Tschüss.